So, das nächste Fahrzeug ist eine Drehleiter. Die Drehleiter ist natürlich das Fahrzeug, womit Menschen die Feuerwehr überhaupt verbinden. Das ist eine moderne Magirus-Drehleiter mit einem CS-System. Was das ist, werde ich Ihnen gleich noch erklären. Dieses Fahrzeug ist natürlich in erster Linie für die Rettung von Menschen da. Es ist ja immer so, dass wenn man raus muss, wenn man raus muss, wenn man raus muss, dass man einen Treppenraum kann. Alles, was da drin ist, muss ein zweitunabhängiger Rettungsregier, der zweite Rettungsregier kann einen Treppenraum, ein zweiter sein, oder eben auch Leiterin der Feuerwehr. Das ist eine moderne DLK 3212. DLK 3212 ist die Nennung für die 12 Meter, eine Auslagerung. Die Leiterin wird hier allerdings 30 Meter, das heißt, man kommt, wenn man wieder präsentiert ist, das sind 10 Euro, aber ich weiß nicht, dass man wieder präsentiert ist, ein Neuro. Das werden Sie jetzt sagen, natürlich hinzürfen, wo es das ohne kontinierende Rettungsregier nicht so steht. Natürlich nicht, denn in dem haben Sie im Regelfall eine Zergebung steht, und das wird in der Heiztreppenraum, wo Ihnen nichts passiert. Vorher haben wir jetzt einmal eine Antwort, das heißt, einfach so gut, wenn Sie diesen Vorstand zurückkehren. So, das werden wir anzukommen, weil Sie bereit sind, wir müssen, dass wir hier betrotten wollen. Dann brauchen Sie nicht einmal Angst, dass Sie wollen da wirklich kurz einsteigen, da passiert überhaupt nichts, vor dem Fahrzeug, da können Sie auch die Männer nicht auch jetzt eingeschaut. Das heißt, die können jetzt überlastet werden, die ihre Vorzeiten natürlich abschalten. Die Drehleiter hat noch eine Besonderheit, das Stabilisierungssystem. Das heißt, wenn Sie jetzt an diesem Leitersatz einmal kräftig wackeln wollen, dann würde der sich sofort wieder beruhigen und stillstehen. Das geht alles umso ein Traum, das ist faszinierend, ein bisschen Traum, aber es funktioniert ganz toll. Hat den Vorteil, wenn es sehr windig ist, dass die Leiter sich sofort wieder stabilisiert. Alles wird über Computer gesteuert, so auch hochmoderne Drehleiter. Und dann in so einer Drehleiter sind im Regelfall bis zu drei Computer verbaut. Wenn wir an der Einsatzstelle eintreffen, dann ist es so, dass der Maschinist natürlich die Abstützung bedient und der Angriffsbuch im Regelfall schon den Korb der Drehleiter besteigt und mit diesem Ort an das Fensterrand fährt, wo die Personen zu retten sind. Der erste Rettungsweg ist für uns natürlich immer der dritten Raum. Wir versuchen, die Menschen über den dritten Raum ins Reihe zu bringen. Wenn das nicht hilft, machen wir es über Leitern. Und wie gesagt, das Stromkreuzer, was Sie vorhin gesehen haben, ist immer die allerletzte Rettung. Denn wir wollen natürlich nicht, dass die Person springt. Wir sehen, wie schnell das alles geht. Der Kollege hat jetzt mal so eine Rundfahrt gemacht. Wir sprechen ja bei Drehleitern von einer Rüstzeit. Und je kürzer die Rüstzeit, desto besser ist es. Das heißt, die Rüstzeit abstützen, Stützung raus, Leitersatz aufrichten, anmetern. Und bis zu dem Punkt, wo der Korb praktisch an diesem Fenster dran ist, das ist die Rüstzeit. Und je kürzer die es, desto besser ist es natürlich auch für den Menschen, die gerettet werden soll. So, in der Leiter kann man auch automatisch abnehmen. Das geht heute alles über Computer gesteuert. Jetzt gibt die Leiter wieder eine Auflage. Das hier vorne ist ein sogenannter Stülpkorb. Die Aktenführer, die mussten wir noch manuell einhängen und konnten vom Korb aus dann fahren. Dieser Stülpkorb bleibt praktisch immer an der Leiterspitze voran. Und muss ich jetzt gleich wieder in die Fahrstellung zurückreden. Auch das geht hydraulisch. Da muss ich noch mal fragen, wie lange war die Leiterlinie von dieser T-Leiter? Der hat aufgepasst. Hättet ihr das auch gewusst, 30 Meter? Ja, nein, 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 nein. Die Feuerwehr hat ja damals das große Glück, auch vom Konjunkturprogramm 2 was abzugreifen. Und wir haben auch damals eine Bruchbeschaffung von 10 Kilometer an. Jetzt sehen Sie, wie bei Fahrtkopf wurde die Fahrstellung. Die Abstützung ist schon eingefahren. Wir haben auch eine sogenannte FEDA-Feststellverrichtung. Die dienen dafür, dass die Hinterachse verriegelt wird und nicht nachfiedern kann, wenn die Leiter abgestützt ist. Und wir bedanken uns echt herzlich bei den Problemen von der Feuerwehr.